Na alle zusammen, hier ist wieder Heuchelah und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein relativ kniffliges Quest Achievement und zwar schimpft sich das Trüffeltombola. Und das findet ihr unter Quests und dann Battle for Azeroth. Und hier ist es so, dass wir unter allen vier Trüffel-Effekten aus dem Sturm-Sangental gleichzeitig stehen müssen. Und wie das funktioniert, werde ich euch mal zeigen. Als allererstes brauchen wir diese Trüffel und diese Trüffel kriegen wir nur her, indem wir unter einem Buff stehen und die aufklauben und zwar Schweinenase. Und Schweinenase kriegen wir durch zwei Wege. Der erste Weg ist eine Kiste aufzumachen und in dieser Kiste ist eine Schweinenase drin. Und damit kriegen wir dann den Buff und können eine Viertelstunde lang diese Trüffel aufmachen. Die werdet ihr auch brauchen, wahrscheinlich mehrere Schweinenasen. Die zweite Möglichkeit ist, hier zu einem Händler zu gehen, der uns die Schweinenasen verkauft gegen eine Währung und zwar so komische Stacheldinger. Und die droppen hier von diesen Schweinemenschen. Den Händler können wir aber erst aufsuchen, wenn wir die Kiste loot haben. Heißt, wir müssen als allererstes einmal die Kiste looten mit dem Jar, kriegen eine Schweinenase. Und dann können wir, sobald wir das gemacht haben, immer wieder Dinger nachkaufen, wenn wir es in der Viertelstunde quasi nicht schaffen. Und die Währung kriegt ihr halt von den Schweinemenschen hier. Also ja, ich zeige euch jetzt als allererstes mal, wo die Kiste ist. Und zwar habe ich es mit dem Mention aufgemacht, aber ich habe schon mal meinen Twink hier abgestellt. Der befindet sich hier jetzt und wir müssen hier diese Holztruhe aufmachen. Geschnitzte Holztruhe, die ist auch für dieses Achievement für die Kisten quasi im Stummsangental. Und wir sind jetzt einmal hier oben bei den Koordinaten 60, 38, also oben drauf. Und wir müssen uns hier runterfallen lassen auf dieses kleine Plateau da unten. Jetzt schauen wir mal, ob ich da hinkomme, ohne dass ich es... Ah, super, da fällst du wieder. Also mit dem Main habe ich es damals geschafft. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich mit dem das hinkriege. So, wir müssen uns hier so irgendwie runterfallen lassen. Ernsthaft? Oh ja. Oh, oh, yes. Okay, ich bin richtig gefallen. Und dann müssen wir, glaube ich, hier irgendwo reinlaufen. Genau, da hinten ist nämlich die Kiste drin, die wir brauchen. Das können wir jetzt mal zumachen, das wollen wir nicht. Und die machen wir aus. Und da seht ihr, da haben wir erstmal so eine Schweinenase drin. Und zusätzlich kriegen wir noch ein paar Kriegsressourcen. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, quasi beim Händler, ja, uns immer wieder die Schweinenasen gegen diese Ressourcen zu holen. Und diese Ressourcen quasi, um es einzutauschen, droppen halt diese Schweinemenschen alle. Gut, ähm, dann switchen wir wieder auf den Ali-Char. Und zwar, wie gesagt, jetzt können wir den Typen benutzen. Der ist halt hier in der Stadt. Wie gesagt, Koordinaten 58, 70. Bei der Horde befindet er sich hier irgendwie in der Horden-City. Wo das genau ist, weiß ich ehrlich gesagt. Gut, das ist Step 1, ja. Ähm, jetzt setzen wir mal die Schweinenase ein. Und wir kriegen so einen Buff drauf. Und jetzt, ähm, gilt es quasi, äh, ja, an alle möglichen Bäume und Sträucher heranzugehen und dort die Pilze aufzusuchen. Ob, also diese Trüffel, die sind da immer unten drin. Ich empfehle euch, geht in die Ego-Perspektive. Ja, da spielt ihr zwar nie, aber dann könnt ihr hier gut unter die Sträucher reingucken. Ihr habt blöderweise die Problematik, wenn ihr so weit draußen seid, ich kann es jetzt gleich nochmal bei dem Strauch zum Beispiel zeigen. Wenn ihr, wenn ihr normale Ding spielt und dann so einen Strauch reinlauft, ihr seht halt einfach überhaupt nichts. Dann könnt ihr irgendwie zig mal die Kamera drehen, bis ihr dann wirklich was seht. Geht wirklich komplett rein. Und dann habt ihr auch die Chance, wenn ihr komplett in Ego-Perspektive geht, quasi unter die Sträucher zu gucken. Denn die Pilze sind ziemlich klein. Und ihr müsst da echt schauen, dass ihr, äh, sie quasi einmal bekommt, ne. Ihr könnt natürlich auch hier wild rum mit einem Cursor wedeln, um zu schauen, ob ihr sie kriegt. Gut. Ähm, die Pilze haben auch verschiedene Farben und es gibt insgesamt vier Buffs. Das kann ich euch jetzt gleich schon mal so weit sagen. Und zwar habe ich hier schon mal einen violetten Trüffel, äh, einen Taltrüffel und was haben wir hier? Magischer Trüffel haben wir hier auch noch. Und jetzt sehen wir hier, ah, und hier haben wir jetzt auch noch einen Trüffel. Und ihr seht, der ist so komisch, ähm, türkis am Rand. Und das wird gleich wichtig, denn das ist genau jetzt der Trüffel, den ich gleich brauche. Das ist nämlich der vierte. Das Wichtige ist jetzt aber, wir müssen sie in einer gewissen Reihenfolge aufmachen. Es ist nämlich so, dass der Trüffel, wenn wir uns den anklicken, der bringt uns instant einen Buff, und zwar so einen, äh, Laufspeed-Buff. Wenn ihr den als erstes irgendwo findet, drückt euch den Laufspeed-Buff weg oder sammelt ihn gar nicht erst auf. Merkt euch, wie der aussieht. Die anderen Trüffel sehen auch so aus, wie sie auf dem Bild aussieht. Also der eine ist ein bisschen größer und lila. Dann haben wir hier, äh, einen, der ist so ein bisschen kleiner gepunktet. Der eine ist eher so ein bisschen weißlich. Also die sehen auch dann hier so aus. Und deswegen weiß ich, dass das der richtige ist. So, jetzt ist es ganz wichtig, dass wir sie in der richtigen Reihenfolge, äh, anklicken. Und zwar, wir klicken als erstes den Violett, den Violetten Trüffel an, diesen großen hier. Das ist, ach, die kann man nicht mehr so aus. Man kann sogar auch mal Haar verkaufen, sehe ich gerade. Oh, das wäre vielleicht eine Goldquelle. Hm, egal. Äh, also Violett, den Trüffel drücken wir als erstes. Und jetzt müssten wir eigentlich einen Buff bekommen haben. Nein, ich habe keinen Buff gekriegt. Als ich das hier ganz am Anfang vom Add-on gemacht habe, war das leider noch buggy. Ich habe aber jetzt ein bisschen gewartet gehabt und wieder Pilze gesucht. Und ja, jetzt hat es funktioniert und ich würde sagen, da schauen wir jetzt mal rein. So, jetzt habe ich hier noch einen Speed-Trüffel gefunden. Jetzt probieren wir einfach aus, ob es jetzt entbuckt ist. Erster Buff. Zweiter, okay. Jetzt schauen wir mal, kriege ich hier einen Buff? Nein. Zweiter Buff. Dritter. Ah, okay. Jetzt habe ich das Achievement gekriegt. Ich habe mir jetzt einfach alles reingehauen. Das eine ist anscheinend Essen. Den musst du drauf haben. Und die anderen beiden musst du so drücken. Also ich hatte jetzt alle drei Pilze drin, die man sammeln kann. Ich habe blöderweise gerade keine Namen dran, weil ich irgendeinen Bug habe. Ich kann sie jetzt auch nämlich nicht im Aha suchen. Aber alle drei gedrückt und den Speed-Pilz auch noch mitgenommen, der uns hier den 10-Minuten-Buff kriegt. Und ich habe endlich das Achievement bekommen. Lang genug hat es gedauert. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht jetzt hier noch am Rande. Es war eine Weile Buggy. Und zwar hat man hier von gar keinen Buff bekommen. Beziehungsweise einige meinen auch, dass man quasi von dem Violettenpilz oder Violetten-Trüffeln quasi mehrere einsetzen musste, bis man einen Buff kriegt. Ob das jetzt ein Bug war oder ob das gewollt war, weiß ich nicht. Und ja, mit den anderen beiden habt ihr gesehen, ich habe jetzt ein, zwei reinschmeißen müssen, warum auch immer. Aber ich habe zumindest letztendlich mein Achievement bekommen. Und jetzt brauche ich noch einen weiteren Pilz für hier das weitere Achievement, das ich noch offen habe. Aber das dann zu einer anderen Stelle in einem anderen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollte das der Fall sein. Würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.